So, da bin ich wieder mit einer deutlich besseren Grafik und einem nicht gespeicherten Spielstand, aber das haben wir gleich. Jo. Safe State, sei Dank. So, dann geht's hier weiter mit dem Schloss. Okay, die mag ich so arg. Nö, das geht eigentlich. Aber so... Eigentlich mag ich auch so Zeug mit Lava, aber irgendwie, ich sterb da halt so oft. Ja, wie unnötig das mal wieder war. Da springt er nicht gescheit. Das ist wegen die Tastatursteuerung. Ja. Wie ist er einfach mal wieder hinbekommen. Mir fehlt ja noch ein... Ach, halt die Fr... Ich lache mich doch nicht aus. Halt die Frisse. Boah, jetzt ruft er da um Hilfe. Da muss ich natürlich hingehen. Halt mich. Der ist immer noch dort. Ich dachte, er wäre gestorben. Der hat mich angelogen, nur damit ich nochmal in das Level muss. Das war ein Bastards. Okay. Tschüss. 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 Und... Tschüss. Und... Tschüss. Und... Ja. Ist ja gut. Boah, nein. Jetzt kann ich hier die ganze Zeit so durch das Level gehen. Wie schlimm ist das denn? Boah, jetzt stoßt er immer mit seiner fetten Birne an, ey. Was für ein Missgebot. Boah, jetzt krepiert das Teil auch noch. Wenn das jetzt... Alter. Ich sag's dem, wenn er jetzt stirbt... Oh, der reißt mich noch mit in den Tod. Asoziales Park. Oh ja. Da, 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 da. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich wäre fast runtergefallen. Oh mein Gott. Das sind mir zu viele Gegner. Ach, man kann ja nicht rutschen. Oh, wie ich das immer wieder... Oh, jetzt ist der gestorben, ey. Ich könnte ausrasten mit diesem... Scheiß... Tod. Der ist... Kein Tod, der ist... Der ist... Nee, der ist der Tod. Oh man. Ich weiß gar nicht, wie ich den richtig aussprechen soll. Tod? Tod oder... Wie? Oder Tod? Tod. 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 Tod wahrscheinlich. Oder so. Tod. Ja, übertreib das wieder. Naja, soll mir recht sein. Ja. Soll mir recht sein. Na. Da wollte ich wieder angeben, was wir uns geildig haben. Hat aber leider nicht funktioniert. Ach, das ist der gar nicht hier. Jetzt habe ich das Leben sonst gemacht. Äh. Okay. Naja, vielleicht bekomme ich ja Leben oder so. Da war es ja nicht ganz so umsonst. Juhu. Juhu. Uah. Uah. Was? Oh mein Gott, ey. Das ist das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Hammergeil, ey. Oh, schmeln. Dreck. Ich dachte, ich bekomme noch einen Arm. Naja, 4000 Punkte, knapp dran. Hätte ich jetzt noch hier ein Gamepad, was ich schütteln könnte, dann wäre es sicher gegangen. Oh, wäre nicht gegen das Mikro gekommen. Natürlich. Jetzt ist er dort. Ich glaube, das macht er bloß. Ich glaube, ich kann ja nicht ins Pilzhaus, solange der gefangen ist. In seiner Umgebung. Sag bloß. Nee, oder? Nee, oder? Boah, was denn Scheiße, ey. was ist auf das level habe ich eigentlich keine lust mit der bemittelte missgeburt der mockt mich aha ein joshi Mir soll es recht sein, obwohl es Lebenverschwendung ist Boah, ne, ich mache das Schloss Ich bekomme es dann nicht mehr auf die Reihe Boah, jetzt sind meine Hände so kalt Okay, ab da hoch das Zeug einsammeln dann dahin, dann den auf die Mütze springen dann dahin dann da hoch, da rüber und das nicht machen und den wieder auf den Kopf springen Das nenne ich mal gutes Mapping Das ist schon richtig geübt hier Ha Ha Boah, da biegt er einfach ab Für wen hält er sich? Ich wette, das schafft man wenn wir uns in den Gewissen Ha, das war mit Absicht Es war gewollt Ja, genau Ha Loop Da lässt er sich erstmal einfrieren Wattenspacko Ha Okay, ich glaube ich muss um die Münze zu bekommen Bielung Na, falsch gedacht Man hat ja eine 50-50 Chance Achso, ja das ist die Stelle Stimmt ja Da war das ja gar nicht so Okay Tot Ne, der ist nicht tot So, jetzt Der ist tot Und Und, und, und Der ist jetzt auch tot So Ich mag das, wenn man die kaputt machen kann So, ich kaputt Gut Geh einfach auf die Plattform Mach das mal Oh, Skill Ich steh noch mit erwischt Das wär geil gewesen Richtig skillig Boah Ich glaub die Münze ist auf der anderen Seite Sieht so Keine Ahnung Geh lieber nicht hier Ah, ja Sieht allgemein Warum sollte dort eine Plattform sein Wenn Das doch nichts bringt Boah Okay, das lass ich lieber Das ist schon eine Härte Ich bin bis jetzt noch nie an dieser Stelle verreckt Und ihr glaubt nicht, wie oft ich Da gespielt hab In dem In dem Teil Also Dennoch versteh ich nicht, warum ich jetzt ausgerechnet Naja, okay Also Ich mach mal hier in einem kleinen Cut Wir sehen uns gleich wieder Ich mach mal hier in einem kleinen Cut